Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Er freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu neuen Sendungen heimformell. Heute mal wieder ein Update zum September 2021. Ich weiß, ich habe jetzt schon länger kein Update mehr gemacht. Möchte mich auch ganz herzlich entschuldigen. Ich habe in letzter Zeit echt wenig Zeit gehabt, habe viel um die Ohren und bin ja auch nur in Anführungszeichen Investor von Hai und sehe im Prinzip auch nicht viel mehr als jeder andere Investor auch. Ich versuche ein paar Informationen aus Fritz herauszukitzeln bei den Calls, aber schlussendlich versuche ich nur einfach das weiterzugeben, was ich hier sehe und gebe dazu manchmal auch meine Meinung. Also ich hoffe eben, du kannst es verstehen, dass die Update-Videos in letzter Zeit nicht so regelmäßig kamen. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich jetzt nicht an das Projekt glaube. Ich sehe die Kommentare, lese sie und habe auch genauso kritische Fragen, so wie ihr auch. Also ich bin ja überhaupt nicht ein im rosa-roten Brille-Träger, wo ihr hier alles schön redet, sondern habe auch ein paar kritische Fragen und nehme auch diese ganzen Kommentare, die ihr reinschreibt, sehr ernst. Genau, ich würde sagen, starten wir am besten mal rein. Ich habe hier eine kleine PowerPoint-Präsentation gemacht, habe die ganzen Punkte mal aufgeschrieben und gehe am besten Stück für Stück durch. Also um was geht es erstmal heute? Heute möchte ich ganz kurz eben zeigen, wie viele Displays High Stand 21. September installiert hat. Dann möchte ich hier kurz noch auf den Punkt der Umsätze vom Q3 2021 eingehen. Ein paar Gedanken dazu möchte ich gerne auch noch loswerden. Dann das Meeting vom 4.9.2020. Ich hatte gesagt, dass ich höchstwahrscheinlich dabei sein werde. Natürlich war ich nicht dabei. Warum auch sonst? Also ich hatte eigentlich mir fest vorgenommen, dabei zu sein. Aber kurzfristig muss ich Ihnen doch absagen. Ich habe natürlich einen Fritzen nachhinein nochmal telefoniert. Er hat mir noch kurz das Ganze erklärt, was so gesagt worden ist. Und das möchte ich auch gerne hier nochmal zusammenfassen. Und dann noch gern ein Statement von Vincent Müller, dem Ex-CEO von High. Den habt ihr sicherlich auch ein paar Mal schon auf den diversen Seiten gesehen. Er hat auch nochmal seine persönliche Meinung zu der aktuellen Situation von High angegeben. Und dann würde ich gerne noch eine Zuschauerfrage bzw. einen Link, den ich zugesendet bekommen habe, hier kommentieren. Was ich dazu halte und wie ich damit umgehe. Genau. So, ja, erstmal Display heute. Wie sieht es aus? Aktuell haben wir hier 633 Display Tower Möglichkeiten. Also es gibt ja manche Displays, die haben mehrere Screens. Und das heißt, wir haben jetzt schon gut über 700 Displays, die innerhalb von Deutschland hier installiert worden sind. Man kann ja auch sehen, dass Frankfurt auch angefangen hat. Hier mit drei Displays, wo man anwählen kann. Und ja, das entwickelt sich doch ganz gut. Also wenn man überlegt, dass man vor ein paar Monaten nur in Berlin war, mittlerweile an vier Standorten wählen kann. Und am fünften Standort München auch bald Displays zur Verfügung stehen. Dann sind die großen deutschen Großstädte auf jeden Fall schon mal abgedeckt. Und das macht auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck für auch die kommenden Jahre, dass man hier gewisse Standorte sichern kann. Dann hier ganz kurz, stichwortartig nochmal aufgetragen, was eben so passiert ist bei High. Also da nehme ich auch ein bisschen die Informationen aus der Präsentation von Fritz. Ziel ist es, bis zum 10. Oktober dann eben die 10.010 Displays zu haben. Das ist dann der sogenannte Display Day. Das heißt, hier möchte man so eine gewisse kontinuierliche Tag hin einführen, dass ja mal am 10. Oktober so ein Display Day stattfindet. Und ja, ich bin mal gespannt, ob sie die 1000 Displays bis dahin knacken. Sieht ja momentan ganz gut aus. Ein Grund ist natürlich auch das POS-Netzwerk, was ich nachher noch sagen werde. Und ja, schauen wir mal, wie das funktioniert. Dann natürlich, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, auch der War Out in Frankfurt. München folgt ja auch. Und ja, finde ich auch ganz gut, dass es jetzt startet. Es war ja mal für ursprünglich Mai geplant. Dann gab es wahrscheinlich noch ein paar Verzögungspunkte, die dazu geführt haben, dass jetzt erst nach den Sommerferien gestartet sind. Ja, für mich ist es völlig okay. Also ich habe da überhaupt keinen zeitlichen Rahmen, wo ich sagen muss, dass es jetzt sehr schnell expandiert werden muss. Lieber hier die Basis setzen und die bisherigen Display erweitern und verbessern, damit hier auch hochqualitativ Aditizing betrieben werden kann. Dann, genau, Website-Updates. Sie haben immer wieder mal die Website ein bisschen geupdatet. Natürlich auch eine super Sache. Ich finde, die sieht super aus momentan, wenn man auf die Seite kommt. Sehr dynamisch und ansprechend. Also da bin ich auch sehr zufrieden. Dann haben Sie eben noch die Bürofläche vergrößert um 100 Quadratmeter. Mittlerweile sind es 500 Quadratmeter im Total Tower. Das ist natürlich auch eine super Sache, wenn man überlegt, dass eben vor zwei Jahren noch ein relativ kleines Büro im Vergleich zu heute hier vorgesehen war. Jetzt nach Corona hoffentlich wird sie sich dann noch weiter vergrößern und wieder vor Ort das Ganze stattfinden. Und das bin ich auch ganz zufrieden, dass Hai hier expandieren kann und die ganze Bürofläche nutzen kann, um auch hier die ganzen Displays zu lagern. Und ich denke, das macht auch einen besseren Eindruck, wenn dann neue Kunden in den Hai-Office kommen und nicht gleich die ganzen Display-Lagerbestände sehen müssen, sondern die auch gut verteilt sind. Dann, das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, dass Hai hat ein Groß-Event gemacht gehabt im Sommer. Da war ich auch nicht dabei. Es waren eigentlich hauptsächlich Großinvestoren und Mitglieder wahrscheinlich von Hai dabei im Hyatt. Und man hat ja ein paar Videos davon gesehen im Instagram-Kanal von Fritz. Falls ihr den nicht gesehen habt, dann folgt unbedingt Fritz Frey oder eben den Hai-Official-Instagram-Account. Da gibt es immer neue News bezüglich Hai. Und ich glaube, das Event ist sehr gut angekommen. Es war eben sehr gut besucht und ich glaube eben, man hat auch gesehen, dass Hai hier auch versucht, den Großinvestoren was zu bieten. Also eine ganz gute Sache. Dann als nächstes natürlich hier die POS-Netzwerke, was für mich im Prinzip die genialste Erfindung jetzt der letzten Monate ist für mich bei Hai, weil dadurch ist die Skalierbarkeit noch um einiges größer, weil wenn man jetzt einfach mal so ein POS-Netzwerk mit so einem standardgroßen Display mit 55 oder 65 Zoll vergleicht, dann ist die Installationszeit viel höher und bei so einem POS-System kann im Prinzip jeder dieses System aufbauen. Das heißt, man könnte zum Teil auch dieses System als Box verschicken zu einem Späti oder anderen Kunden und der baut das Ding direkt an der Kasse auf. Und man kann das dann einfach ins Hai-Netzwerk implementieren. Das heißt, hier haben sie eine super smarte Variante gefunden, dass man hier während der Kasse, während man ansteht, hier Werbung schalten kann. Und ich bin echt mal gespannt, wie sich dieses POS-Netzwerk vergrößern wird in den kommenden Monaten. Ich finde auf jeden Fall die Idee sehr genial, kenne ich ja noch nicht so ganz hier. Also gerade wenn man hier in einem Raum Süddeutschland ist, hat man kaum so POS-Netzwerke an Kassen. Und ich finde ja, das ist auch sehr innovativ und eine gut genutzte Zeit, um Werbung zu schalten. Dann der Kampagnen-Modi wird überarbeitet. Das ist, wenn man hier eine Werbung bucht als Werbeabgeber, also wenn man die Werbung schalten möchte. Und hier hat man dann neue Funktionsmöglichkeiten. Hier weiß ich noch nicht so ganz, es wurden ein paar Sachen während der Präsentation bei Fritz präsentiert. Ich lasse mich da einfach überraschen, aber es wird auf jeden Fall noch etwas umfangreicher das Ganze, damit man hier noch besser Werbung schalten kann und noch genauer hier die Zielzonen erreichen kann. Also insgesamt sehr viel passiert in den letzten Monaten bei Hai. Also wenn man jetzt hier die Zeit anschaut seit dem letzten Update-Video vor drei, vier Monaten, ist doch einiges gelaufen. Lassen wir uns überraschen, wie das weitergeht. Genau, dann als nächstes die Umsätze. Ich habe von ein paar Investoren gelesen, dass sie jedoch relativ enttäuscht waren von den Zahlen. Wenn man jetzt die nackten Zahlen von 49.000 sieht, dann kann ich das ganz gut nachvollziehen. Man erwartet dann vielleicht zwei Millionen oder mehr an Umsätzen, aber man darf sie hier nicht trügen lassen, weil 97% der Umsätze wurden ausschließlich aus Außenwerbenkampagnen eingenommen. Und man muss einfach noch dazu rechnen, dass im Q2 und wahrscheinlich auch Q1 die Verkäufe der Displays, die damals angeboten worden sind, auch noch mit eingeflossen sind. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Faktor. Da wurden bestimmt auch einige Summen eingenommen. Also im Prinzip hat Hai hier doch eine Umsatzsteigerung im Bereich der Außenwerbenkampagnen erreicht und ich denke mal doch um einige Prozent gesteigert. Aber dadurch, dass man natürlich hier keine Displayverkäufe mehr hat, ist es natürlich jetzt, wenn man die nackten Zahlen vergleicht, sehr enttäuschend. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man jetzt hier die Display-Netzwerke weiter vergrößert, auf jeden Fall auch die Außenwerbenkampagnen noch mehr monetarisieren kann und dann werden auch die Umsatzzahlen dementsprechend steigen. Also hier einfach Geduld beweisen. Ich weiß, es ist natürlich nicht so schön, wenn man hier einen Umsatzstopp hat, aber man muss es einfach langfristig sehen. Mittlerweile sind es drei Jahre. Ich gebe den Unternehmen auf jeden Fall noch mal genauso viele Jahre, bis sie hier europaweit expandieren. Genau. Dann als nächstes möchte ich gerne noch hier auf einen Telegram-Post von Vincent Müller hier aufmerksam machen. Den habe ich hier zufällig gesehen, wo ich mal ein bisschen unterwegs war auf Telegram. Und er hat hier nochmal eine ausführliche Meinung von seiner Seite ausgegeben. Und ihr könnt es hier im Hintergrund auch lesen gleichzeitig. Auf der einen Seite eben, das hat er ja schon vor ein paar Monaten so durch die Lume mal angekündigt, muss er ja als CEO von Hai zurücktreten. Das hat jetzt keine Gründe, dass er jetzt nicht mehr an das Projekt glaubt. Er ist weiterhin ein Großinvestor von Hai. Aber er hat eben, wie er hier schreibt, etwas gesundheitliche Probleme. Und ich denke mal, er hat da nicht die Kraft und die Power, um hier wie ein Startup wie Hai hier weiterhin zu ziehen. Und man muss diese Entscheidung einfach akzeptieren. Man muss auch immer eben damit rechnen, dass Mitarbeiter ein Unternehmen verlassen und neue Mitarbeiter ein Unternehmen eben zustoßen. Und ich finde auf jeden Fall sehr cool, dass er hier nochmal eine Nachricht geschrieben hat. Ich kann mich ja durchscrollen. Und eben erklärt nochmal, dass durch die Covid-Pandemie natürlich das Ganze ein bisschen sich verzögert hat. Und jetzt hat Hai über 1000 Displays im Visier in fünf Cities. Und ja, das ist natürlich, klar ist, dass manche frustriert sind, dass das jetzt nicht der Erfolg daher so erwartet worden ist. Und genau, dass er nochmal hier versichert, dass er keine Tokens verkauft hat. Und hier erklärt er nochmal die nächsten Schritte, dass eben man plant, neue Fundraising zu machen für Großinvestoren, damit man hier nochmal das Ganze expandieren kann. Und ein Token-Listing ist nicht so einfach. Es ist natürlich auch im Hintergrund, dass es hier ein Security-Token ist. Es gibt jetzt einen ersten Security-Token, der akzeptiert worden ist in Deutschland. Und ich denke, man wartet hier auch, dass hier auch weitere folgen, dass man hier auch die Grundlage hat in Deutschland. Und es ist natürlich nicht so, dass sie das nicht listen wollen, aber wir warten natürlich auf die ganze gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und natürlich hier als nächstes eben, dass man hier immer die Möglichkeit hat, mit Fritz in Kontakt zu treten, wenn man unsicher ist. Und dass er allen alles Gute wünscht. Und ja, ich glaube, das ist mal so ganz gut zusammengefasst, was die Gedanken sind. Ich denke mal, was hier aus dieser Message herauskommt, ist, dass man hier auf jeden Fall Geduld beweisen muss. Es ist natürlich wichtig, dass man sieht, dass High hier auch natürlich ein sehr hohes Risiko wirkt, eben gerade durch das STO. Das möchte ich auch gerne hier im nächsten Punkt noch erwähnen. Und zwar hatte ich mir einen Zuschauer hier noch einen Link geschickt von Gomopa. Auf jeden Fall möchte ich auch diese Themen hier nicht vernachlässigen. Wie ich gerade eben gesagt habe, ich nehme auch gerne kritische Punkte mit auf. Und ja, ich bin auch mal gespannt, wie das dann genau aussieht mit dem STO und natürlich hinsichtlich der BaFin. Es gab ja da ein paar Meldungen, dass die BaFin da Untersuchung anschrebt. Und ich hatte mal um Fritz geredet. Er meinte, er weiß das und dass die Lösung auf jeden Fall von ihrer Seite parat ist. Ich bin da einfach sehr neutral, gebe da keine Meinung ab. Aber auf jeden Fall möchte ich das an diesem Punkt hier auch gerne ansprechen. Also ist natürlich auch für mich eine Enttäuschung. Und ich sehe es ja auch nur mit dem Boot als Investor, wenn es jetzt hier eben größere Schäden davon tragen würde. Also das einfach nur als Ergänzung zu diesem Artikel. Genau. Das ist mal soweit das, was ich hier aufgeschrieben habe. Wenn du hier weitere Fragen hast oder Punkte, die du ansprechen möchtest, siehst gerne unten in der Kommentarliste schreiben. Ich werde jetzt versuchen, auch wieder jeden Monat ein Video zu machen. Entschuldige mich nochmal herzlich dafür, dass ich das nicht gemacht habe. Und ich hoffe, dass du weiterhin sehr positiv bleibst, weiterhin sehr geduldig bleibst. Und wenn jetzt hier eben nichts wie so eine Meldung hier ein Unternehmen zum Einstürz bringen wird, und eben dann glaube ich auf jeden Fall, dass Hai hier weiterhin sehr erfolgreich sein wird. Also technologisch überzeugt mich das Unternehmen sehr, sind sehr innovativ und machen auch sehr gute Werbung für ihre Firma. Aber die ganzen regulatorischen Punkte, da kann ich auf jeden Fall nicht mitsprechen. Da bin ich der falsche Anbrechpartner. Aber als Investor bin ich momentan zufrieden und erwarte einfach jetzt die kommenden Monate und Jahre und tue mir dann dazu eine Meinung bilden. Mit dem wünsche ich dir eine ganz gute Zeit. Bleib gesund, sei glücklich und genieß die Zeit einfach. Ich glaube, es werden bestimmt auch schöner Zeiten kommen, auch umsetztechnisch. Und ich freue mich, dass du weiterhin meinen Kanal unterstützt. Mit dem ganz gute Zeit. Bis bald. Ciao.